Nach langem Warten hat sich nun endlich die SPD-Bundestagsfraktionsspitze zum Cannabis-Gesetz und der geplanten Entkriminalisierung geäußert. Ist der erste führte zum Inkrafttreten denn nun vom Tisch? Alle Infos dazu in diesem Video. Auch wenn ich gerne Positives berichten würde, dies ist rund um das Thema derzeit leider Gottes nicht wirklich möglich, denn die Entscheider geben dazu wenig positiven Anlass. Jetzt auch mit den neuesten Äußerungen dazu gleich mehr. Mit freundlicher Unterstützung von bio-gartenwelt.de, eurem Online-Shop für organische Dünger, Zusätze, Substrate und Zubehör. Aktuell vieles im Angebot. Wie wir hier eingeblendet sehen können, ist das die originale Frage, die bereits am 19.12. an Dagmar Schmidt von der SPD-Bundestagsfraktionsspitze gestellt wurde, und zwar einleitend wie folgt. Leider ist die Kommunikation zum Cannabis unzureichend. Es gibt nach wie vor keine Termine für Lesungen oder das Inkrafttreten. Keine verbindlichen Aussagen. Ab wann kann man mit Terminen etc. rechnen? Diese Frage wurde heute am 15.01. beantwortet. Der Fragesteller ging noch auf weitere Unterpunkte ein, die sind aber auch in der Antwort so im Detail nicht berücksichtigt. Deswegen möchte ich direkt zur Antwort von Dagmar Schmidt springen. Ich lese euch ihre Antwort, auch wenn ihr sie hier schon eingeblendet seht, falls ihr gerade nicht am Gerät seid, direkt mal vor. Sehr geehrter Herr H., haben Sie vielen Dank für Ihre Nachricht zum aktuellen Stand des Gesetzes, zum kontrollierten Umgang mit Cannabis und zur Änderung weiterer Vorschriften. Viele Bürgerinnen und Bürger beobachten die Verhandlungen zum Gesetz bereits seit Beginn der aktuellen Wahlperiode und erwarten eine rechtssichere und normenklare Legalisierung von Cannabis als Genussmittel. Als Gesetzgeber tragen wir daher eine große Verantwortung dafür, sicherzustellen, dass sich die Bürgerinnen und Bürger auf die Gesetze verlassen können. Ich bin mir der Bedenken bewusst, die von einigen meiner Kollegen aus der SPD-Bundestagsfraktion geäußert wurden, und verstehe, dass dies zu einer gewissen Verunsicherung in der Öffentlichkeit führt. Die Einhaltung hoher qualitativer Standards beim Gesetz dieser Tragweite ist für uns aber die höchste Priorität. Ich kann verstehen, dass Sie sich eine frühere Klärung und Positionierung gewünscht hätten. Es ist mir jedoch wichtig zu betonen, dass ich grundsätzlich keine internen Abläufe oder Diskussionen meiner Bundestagsfraktion kommentiere. Diese interne Vertraulichkeit ist essentiell für einen konstruktiven Dialog und eine sorgfältige Gesetzgebung. Sehen Sie mir daher nach, dass ich zu diesem Zeitpunkt keine Aussagen bezüglich Inhalten oder eines genau festgelegten Zeitplans tätigen kann. In Klammeranmerkung von mir nochmal hier Betonung auf die Aussage ist von heute, 15.01., wie keine Aussagen zum Zeitplan. Wir haben noch drei Sitzungswochen, für die der 1.4. überhaupt noch in Frage kommt, damit das Inkrafttreten terminlich funktionieren kann. Sitzungswoche 2 ist der Haushalt damit voraussichtlich komplett blockiert. Das sagen auch andere, die sich mit Politik auskennen und Prolegaleisakteure. Das heißt, Sitzungswoche 3 muss es werden für den 1.4., der Konsens in der Bundesregierung ist und hier gibt sie eine Abfuhr. Aber dazu später nochmal mehr. Fahren wir weiter im Text. Letzter Absatz. In dieser Hinsicht ist es auch nicht richtig, dass die Spitze der SPD-Bundestagsfraktion blockiere. Das Gegenteil ist der Fall, damit eine nachhaltige und akzeptable Lösung nur durch oben genannte konstruktiven Dialog mit allen relevanten Beteiligten erreicht werden kann, sodass das Cannabis-Gesetz schon sehr bald zu einem Abschluss kommt. Mit freundlichen Grüßen, Ihre Dagmar Schmidt. So, also nochmal wie eben schon vorhin angemerkt, der erste für den Inkrafttreten steht so im letzten Gesetzentwurf. Das ist der Konsens mit allen Regierungsparteien von allen Fachebenen aus verhandelt. So beschlossen. Es wurden dabei auch die Bedenken der Innenministerien, der Innenpolitiker berücksichtigt. Es wurde im § 100 StPO Bewachungsmaßnahmen nachgebessert. Die Polizei hat also auch Zugeständnisse bereits bekommen. In der jetzt aktuell vorliegenden letzten Version mit den bekannten Änderungsanträgen ist das Gesetz sozusagen beschlussfertig. Es müsste nochmal durch den Gesundheitsausschuss und dann kann es jederzeit binnen Tagen in einer darauf folgenden oder noch in derselben Sitzungswoche dann auch im Bundestag beschlossen werden. Warum es also jetzt kein Bekenntnis zur Sitzungswoche 3 gibt, wo der Sitzungswoche 2 Zeitraum belegt ist durch den Haushalt und Sitzungswoche 1, wie ihr alle nachlesen könnt, auf bundestag.de slash Tagesordnung. Ich meine, es war zumindest die Domain. Auf jeden Fall unter bundestag.de Tagesordnung seht ihr die Termine, die gesetzt sind für noch diese kommende, äh, noch für diese laufende Sitzungswoche. Die erste Sitzungswoche läuft von diesem Montag, 15.01. bis eben Freitag und wir haben aktuell in diesen, ich glaube drei Tage davon, sind eben im Plenar-Terminkalender dafür hinterlegt. Auf jeden Fall, wir haben für diese Sitzungswoche kein Cannabis-Gesetz. Es ist vorbei. Also muss es Sitzungswoche 3 werden oder der 1.4. ist endgültig vom Tisch. Mensch, Leute, ich würde euch gerne schon vor Monaten gesagt haben, dass das ganze Gesetz schon längst umgesetzt ist und wir eben frohen Dingens Richtung Umsetzung gehen können. Aber die ganze Thematik, die dahinter erst folgt und die dann wirklich auch viel Freude bereiten kann, das hoffentlich langfristig auch dann möglichst eben, wie ich mir sehr sicher bin, dann auch zu den Erfolgen führen wird, die dahinter stehen und veranschlagt sind im Moment. Dass wir eben gar nicht erst dazu kommen, ist nicht mein Verschulden. Ich bin dazu einfach nur der Berichterstatter sozusagen in dieser ganzen Thematik. Ich beobachte den Prozess und kann euch leider hier auch nur wieder Negatives berichten. Dagmar Schmidt ist eben die eine von zwei Ansprechpartnerinnen von der Fraktionsspitze. Es gibt noch Dirk Wiese und noch zum Beispiel eben die Vorsitzende des Gesundheitsausschusses seitens der Fraktionen SPD. Das wären ebenfalls noch hohe Ansprechpartner, aber im Moment sind sie eben benannt. Und hier das ganz klare Statement, dass sich zu keinem Termin aktuell bekannt wird. Und dann sagt sie noch im letzten Absatz, die SPD-Fraktion würde nicht blockieren. Dabei haben alle Fraktionspartner, wie ich euch auch gleich nochmal einblenden werde, bereits auf eine schnelle Verabschiedung des beschlussfertigen Gesetzes gedrängt. Von daher, es tut mir wirklich leid, das zu sagen, aber die SPD blockiert immer noch und die Situation wird nicht besser, sondern wie man jetzt hier sieht, sogar fast noch schlimmer, da sie jetzt eben auch den ersten vierten Termin nicht langsam schon aufweichen. Schauen wir uns nun das heutige Statement von Christine Lüttke, der FDP-Berichterstatterin zum Cannabis-Gesetz an. Dort hat auch sie auf eine schnelle umgehende Verabschiedung hinplädiert und klargemacht, dass es inhaltlich nichts mehr nachzuverhandeln gäbe. Abschließend möchte ich noch auf ein Statement von Carmen Weger eingehen. Dies hat sie bei der hier eingeblendeten Veranstaltung wohl auf dem Podium so von sich gegeben. Und zwar ist die Rede mittlerweile vom ersten Halbjahr 2024. Damit weicht auch sie als Berichterstatterin zu diesem ganzen Cannabis-Gesetz den Zeitplan mittlerweile auf. Denn das erste Halbjahr beinhaltet den 1.6. und wie wir es dieses Jahr gesehen haben, kommt dann schnell die Sommerpause dazwischen. Und wie wir es mit den Versprechen der SPD bereits kennen, gibt es keine Garantie, dass es dann auch wirklich beschlossen wird. Von daher, es liegt jetzt beschlussfertig vor. Christine Lüttke haben wir gerade gesehen. Macht Druck. Ich kann dazu nicht weiter viel sagen. Ich kann nur appellieren, macht weiter Druck. Wir haben nur diese eine Chance im Moment. Von daher, wenn ihr nichts weiter verpassen wollt, ich würde mich sehr über ein Like auf diesem Video sowie ein Abo auf dem Kanal freuen. Bis zum nächsten Video. Ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.